Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bibe. Grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet zu einem weiteren Lotus Video. Ja, man könnte ja fast behaupten, dass es gerade richtig gut vorangeht hier mit unserem Lotus Simulator, denn es ist ein erneuter Patch erschienen und zwar das Ganze vor 10 Stunden. Und wie wir das Ganze hier schon sehen können, handelt es sich hierbei natürlich um neue KI-Fahrzeuge. Was alles dabei ist, das wollen wir mal kurz mal hier so abarbeiten in diesem kleinen Post, den man hier veröffentlicht hat. Und das Schöne ist auch, guck mal, Originallizenzen, Ford, kann man sofort lesen. Wir können hier hinten, habe ich gerade gesehen, ein schöner Mercedes-Stern und alles sowas. Und die Fahrzeuge, finde ich, sehen gar nicht mal so hässlich aus und beleben das Ganze natürlich nochmal richtig schön wieder. Hier alles, hier Nissan, nochmal Mercedes und nochmal Mercedes. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, insgesamt sechs oder acht Fahrzeuge. Wir gucken mal am besten durch, was hier alles dabei ist und dann können wir uns das Ganze dementsprechend auch mal so ein bisschen anschauen. Also, Neustrukturierung, parkende und fahrende KI-Fahrzeuge, fahrende Fahrzeuge, Schienen- und Straßenverkehr und KI oder User haben einen neuen Parameter, der definiert, welches geparkte Scenery-Objekt-Fahrzeug ihm zugeordnet werden soll. Über diese Verbindung wird es dann künftig möglich sein, dass fahrende Fahrzeuge einparken können und natürlich auch umgekehrt. Das kann sowohl bei nicht fahrplanmäßigen Verkehr auf der Straße oder auf öffentlichen Parkplätzen realisiert werden, als auch auf Betriebshöfen, sowohl mit Bussen als auch Straßenbahnen, wobei dann die abgestellten Fahrzeuge jene sein können, die gerade nicht im Spielfahren unterwegs sind. Diese Umstellung hat zufolge. Und da gibt es einzelne Punkte, die hier abgearbeitet werden. Oh, guck mal hier, ein Kia. Wundervoll, ein schicker Kia. In der Parkplatzliste werden künftig nicht mehr die Scenery-Objekte der parkenden Autos eingetragen, sondern die eigentlichen fahrenden Fahrzeuge. Alte Parkplatzlisten sind aber abwärtskompatibel. Es besteht kein Zwang zum Umkonfigurieren. Also gerade wenn ihr das jetzt gemacht habt, müsst ihr jetzt keine Sorgen haben, dass das Ganze jetzt wieder verschwindet. Ihr habt jetzt die Arbeit nicht umsonst gemacht. Sogar Audis dabei. Wundervoll. Großartig. Parkende und fahrende Fahrzeuge müssen im selben Container liegen und sich dieselben Texturen teilen. Andernfalls sind Repaints nicht möglich, denn parkende und fahrende Fahrzeuge teilen sich die Repaint-Konfigurationsdateien. Repaints werden nur für das fahrende Fahrzeug definiert und tauchen so auch in der Parkplatzliste auf. Es gibt keinen eigenen Repaints für parkende Autos derzeit. Zusammengeführt werden parkende und fahrende Fahrzeuge wie folgt. Das parkende Fahrzeug wird wie bisher auch als Synergy-Objekt importiert und mit der entsprechenden Klasse versehen. In der Einstellung des fahrenden Fahrzeugs gibt es fast ganz unten einen neuen Eintrag, wo man das zugehörige parkende Fahrzeug auswählen kann. Hier aufgeführt werden nur parkende Autos, die bereits in einem Container gepackt wurden und zwischendurch ein Neustart des Content-Tools erfolgte. Also hier hat man sich intensiv mit den Fahrzeugen beschäftigt. Das Ganze nochmal in neuen Parametern hier alles nochmal verteilt, dass das Ganze natürlich irgendwo Sinn macht. Also alles wie gesagt, was bis dato jetzt passiert ist, wurde jetzt dementsprechend halt nochmal ein bisschen aufgebaut. Und ja, wir sehen es ja, also die Fahrzeuge auf jeden Fall, die können sich mehr als sehen lassen. In der Simulation gibt es aber auch was und zwar kann man sich jetzt die Ingame-Uhrzeit hier anzeigen lassen, indem man die STRG und C-Taste drückt. Warte mal, da muss ich leider hier erstmal drüber tappen. Und da sehen wir jetzt, oh cool, da sehen wir jetzt eine Uhrzeit jetzt nach rechts. Also das ist natürlich witzig, ja. Interface in der Simulation mit STRGY ausgeblendet, um zum Beispiel Spielernamen für Screenshots auszublenden. Und gut, das ist jetzt ja hier nicht möglich, da wir, ja, wir sind ja nicht in der KI, also sind ja nicht im Multiplayer unterwegs. Von daher kann man dementsprechend halt auch nichts ausstellen. Also die Fahrzeuge, die fetzen schon, ja. Also das belebt das Ganze nochmal. Das sind echt schicke Fahrzeuge und das soll wohl in der Nacht auch richtig gut aussehen. Wollen wir uns mal gucken. Wir stellen einfach mal die Uhrzeit jetzt hier auf um 20 Uhr. Also wenn man jetzt das hier, zack, sofort hat sich das Ganze umgeswitcht hier. Und die Fahrzeuge fahren jetzt nochmal hier so ein bisschen mit Licht rum. So, was haben wir noch? Simulation Multiplayer Bug Fix. Alten Bug wiederhergestellt, dass der, also ein alten Bug wurde wiederhergestellt, ja. Alten Bug wiederhergestellt, dass der Aufenthaltsort eines Freundes gelehrt wird, wenn dieser AFK geht. Dafür neuen Bug beseitigt, dass der Aufenthaltsort sich gelegentlich nicht aktualisiert. Und man hat hier noch, war es weiterhin im Multiplayer, ein Bug fix, ja, gefixt. Der oder ein Overlay Handle Events Bug beim Beitreten zu einem Multiplayer Spiel wurde dementsprechend behoben. Also falls ihr da irgendwie Schwierigkeiten hattet, sollte dieser jetzt weg sein. Dann gibt es einen neuen, also im Content-Tool einen neuen Workshop-Tag und zwar KI-Fahrzeuge. Und neuer Content ist dabei, ganze acht neue aktuelle Pkw für den KI-Verkehr und zum Belegen der Parkplätze. Der Content, die Diorama-Map ist komplett auf die neun acht Pkws umgestellt. Wir haben ein neues Streckenzubehör von Rolf jetzt mit enthalten und natürlich zu guter Letzt, die FIS-Datei von Steven wurde wieder aktualisiert. Ja, so sieht es also aus. Das ist das neue Update hier von unserem Lotus-Simulator. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es geht gerade richtig, richtig gut voran. Also da kann man nicht meckern. Also gehen wir mal jetzt richtig hier so in die Nacht mal hier rein. Also ihr seht schon, das funktioniert hier. Die Fahrzeuge, die haben wunderschöne Leuchten, also wie das Ganze sich auch bewegt und alles. Schick, absolut schick die Fahrzeuge. Kann man absolut nicht meckern. Ja, leider fehlt mir der Eintrag irgendwie sowas mit ein bisschen Performance oder sowas. Da hätte ich mich sehr drüber gefreut. Ist wahrscheinlich noch nicht so schnell umsetzbar, das Ganze. Aber wie gesagt, da muss man jetzt wahrscheinlich dementsprechend einfach ein bisschen abwarten. Denn ich habe gestern das Ganze mal gemessen. Man kann ja über Steam sich hier oben so eine FPS-Anzeige hier zum Beispiel einblenden lassen. Dass ich teilweise, also am schlechtesten Knotenpunkt, sage ich mal, von der Karte Düsseldorf auf 14 FPS falle. Das ist schon wirklich, wirklich richtig böse. Zumal das ganz witzig ist, dass man hier eine Systemanforderung in Düsseldorf gestellt hat, die eigentlich recht, ja, von diesem System her eigentlich gar nicht brauchbar sind. Weil sonst läuft das wie bei mir fast. Auf jeden Fall muss das System hier von mir jetzt geupdatet werden. Ja, also da werde ich wohl nicht vorbeikommen dran. Aber wie gesagt, soll auch jetzt nicht so dramatisch sein. Ich denke mal, wie gesagt, dass daran gearbeitet wird. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel auch, ne, die parkenden Fahrzeuge. Also ihr könnt sie halt als parkende Fahrzeuge benutzen oder als fahrende Fahrzeuge. Das ist wie gesagt euch dann dementsprechend überlassen. Aber wie gesagt, dieser Page, ja, kam jetzt und könnt ihr euch jetzt ab sofort runterladen. Könnt die KI-Listen wieder bearbeiten und könnt dort die neuen Fahrzeuge wieder mit rein spielen lassen. Und, ja, das soll jetzt eigentlich von diesem Video zumindest schon mal wieder gewesen sein. Wollten euch nur schnell, ja, up to date setzen, was dem Lotus Simulator hier angeht. Damit ihr wieder auf den aktuellen Stand seid. Was, wie gesagt, jetzt im Patch 1 EA 067 erschienen ist. Und damit bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, wie gesagt, dass wir uns zur nächsten News hier wiedersehen. Ich verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss. Und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal.